Hallo Mädels, Muttertag steht wieder mal vor der Tür und die Suche nach einem schönen Geschenk für Mama beginnt. Hier meine Vorschläge für ein kleines Muttertagsgeschenk, denn auch ein Geschenk für unter 10 Euro kann sicherlich eine ganze Menge Freude bereiten. Und ist der Geldbeutel noch knapper, ist auch etwas Selbstgemachtes, wie zum Beispiel ein Fotokalender oder ein selbstgebackener Herzkuchen, bestimmt eine tolle Geschenkidee zum Muttertag. Erstens die individuelle Schokolade. Überrasche deine Mutter zum Muttertag mit selbstgestalteter Schokolade. Erstelle aus über 80 Zutaten eine einzigartige Schokolade nur für deine Mama. Du findest eine Tafel Schokolade zu langweilig? Dann gestalte einfach deine eigenen Pralinen bei Chokri. Zweitens eine eigene Teemischung. Bei Five Cups kannst du aus über 50 Zutaten eine ganz individuelle Teemischung erstellen. Von der Teesorte über Früchte und Aromen bis hin zu Verpackung und Namen. Hier bestimmst alleine du, was in deine einzigartige Teemischung für Mama kommt. Drittens eine Tasse mit der Aufschrift Weltbeste Mama. Aus dieser Tasse mit dem Aufdruck Weltbeste Mama schmeckt der Kaffee oder Tee bestimmt gleich doppelt so gut. So wird deine Mama jeden Tag daran erinnert, wie lieb du sie hast. Viertens ein Mama-Orden. Hat eure Mama auch manchmal einen Orden verdient? Nutzt den Muttertag, um ihr offiziell den Orden Beste Mama zu verleihen. Eine lustige Überraschung zum Muttertag, die bestimmt auch eurer Mama ein Lächeln aufs Gesicht zaubert. Fünftens Karte und Blumen. Bringt eure Liebe zum Mama zu Papier. Über eine Grußkarte mit ein paar lieben Worten oder einem schönen Gedicht zum Muttertag freut sich auch eure Mama ganz sicher. Kombiniert das Ganze noch mit einem Strauß Blumen und fertig ist euer Muttertagsgeschenk. Sechstens Gutschein. Du möchtest deiner Mutter einen Gutschein zum Muttertag schenken, hast aber keine Zeit zu basteln? Gutscheine für ein Frühstück gibt es zum Beispiel bei Davanda. Aber auch über einen Gutschein für eine andere gemeinsame Aktivität freut sich die Mama zum Muttertag ganz sicher. Siebtens Schokolade in Herzform. Chokri hat speziell zum Muttertag eine leckere Herztafel aus Vollmilchschokolade mit Himbeeren und Pistazien kreiert. Die Schokolade Familienglück ist in einer roten Herzdose verpackt und sofort bereit zum Verschenken. Achtens ein Freundschaftsband. Eine nette kleine Aufmerksamkeit zum Muttertag ist dieses Armband mit kleinen Herzanhängern. Geliefert werden Armband und Anhänger mit gestempelter Karte und Umschlag. Das Innere der Karte ist unbedruckt und bietet so Platz für ein paar nette Worte für deine Mama. Neuntens das I Love You Müsli. Speziell zum Muttertag hat mein Müsli eine Müsli-Sorte mit leckeren Schokoherzen und roten Beeren im Angebot. Verpackt ist das Müsli in einer roten Dose, verziert mit Herzen und einem Einleger im Deckel für deine ganz persönliche Grußbotschaft zum Muttertag. Super.